Mit 16 habe ich schon gesagt, die Politik ist ein Kasperlehrter, nur für Erwachsene halt. Jetzt mit über 40 unterschreibe ich diesen Satz genauso. Lese doch heute echt in einer Kronenzeitung, dass Karl Nehammer das Anliegen der 1,4 Millionen FPÖ-Wähler ernst nimmt, aber dennoch nicht mit der FPÖ zusammenarbeiten will. Das Demokratieverständnis von Herbert Kickl bereitet Karl Nehammer Sorgen. Ist es nicht Demokratie, dass die Mehrheit entscheidet, wer in der Regierung mitmischt? Oder hab nur ich das falsch gelernt in der Schule? Es ist vollkommen neu, dass es einen Wahlsieger gibt, mit dem offenbar keine der anderen Parteien regieren will. Das haben sie nie gegeben. Ah ja, gleich zum Anfang. Wer dieses Video auf TikTok anschaut, bitte abonniert mich besser auf YouTube unter schnippersagertom. Die löschen nämlich nicht gleich jedes Video und jeden Account. Mir persönlich ist sehr egal, welcher Partei der Chef ist. Wann die Leistung passt. Der Steuerzahler, der darf mehr als genug Steuergeld dafür aufwenden, dass die verschiedenen Parteien sich zusammenraufen, um für den Bürger und das Land das Beste rauszuholen. Dass in Österreich aber jetzt der Wählerwille mit einer Koalitionsbildung übergangen wird, ist schon ein Hammer, oder? In letzter Zeit herr ich aber öfter, schlechter können es die Blauen ja auch nicht machen, oder? Aber kommen wir zum Punkt. Im August 2024 ist Karl Lehmann jedenfalls gefragt worden, warum man ihn und nicht Herbert Kickl wählen soll. Was würden Sie jemandem sagen, warum sollte man Sie wählen und nicht Herbert Kickl? Ich lebe nicht vom Problem, ich löse es. Warum? Na, dann schauen wir uns die Erfolgsbilanz von unserem Kanzler Karl Lehmann mal an. Österreich hat eine der höchsten Teuerungsraten, EU-weit. Österreich hat eine der höchsten Inflationsraten, EU-weit. Die Unter- und Mittelschicht sind immer mehr in die Armut getrieben worden. Viele können sich nicht einmal mehr ein ordentliches Wohnen leisten. Das Gesundheitssystem ist zu Tode gespart worden und ist so desolat wie noch nie zuvor. Wegen einer mittelschweren Grippe wurden über 175 Milliarden Euro zum Fenster rausgeworfen. Naja, das sind wir vor die Politik ja eh schon gewohnt. Mittlerweile sind wir schon froh, wenn das Fenster vor aufgemacht wird, damit wir in Glaserer nicht auch noch zahlen müssen. Aber das ist fast das Doppelte des Jahresbudgets der Republik Österreich. Und das, obwohl man seit März, April 2020 Einsicht in die wissenschaftlichen Sitzungsprotokolle des Robert-Koch-Instituts während der Corona-Zeit gehabt hat. Das hat mir ja der Ex-Gesundheitsminister Rudi Anschober persönlich gesagt. Wann waren die jetzt sicherlich für die Regierung, für euch selber eigentlich eine Frage? Das war das März, April 2020. März, April 2020. Somit hat unsere Regierung ja auch gewusst, dass Influenza schlimmer ist als Corona, dann Influenza mehr Leute versterben als wir an Corona, Masken nichts bringen, Lockdowns mehr Schaden verursachen als Covid-19 und die Impfung nicht das kann, was die Politik besseren Wissens uns immer versprochen hat. Die Bürger Österreichs wurden erpresst, genötigt und auch sozial gezwungen, sich einer Gen-Therapie zu unterziehen. Eins kann Spritzenmännchen-Booster ganz und gar nicht leiden. Menschen, die sich nicht impfen lassen wollen. Lässt du dich impfen, den vierten Stich? Impfung, vierte Stich, ich habe nicht mit den ersten. Als Booster das hört, rastet er aus und geht auf die Frau los. Ja, Gen-Therapie. Wer es noch nicht weiß, ja die Corona-Impfung gilt international angesehen, nicht mehr als Impfung. Und die Immunisierung gegen SARS-CoV-2, die jetzt international anerkannt nicht mehr als Impfung bezeichnet wird. Und es gab halt auch unter anderem unnötige Freiheitsberaubung in Form von Lockdowns. Viele von uns wurden diffamiert, beleidigt, als Rechtsradikale, Nazis, Volksverräter, Schwurbler, Aluhutträger und sonst noch was beschimpft. Demokratiefeinde, Staatsverweigerer, Rechtsextreme und Neonazis. Jetzt im Nachhinein haben wir sie schwarz auf weiß. Alleine durch die RKI-Files, also die wissenschaftlichen Empfehlungen, die Sitzungsprotokolle während der Corona-Zeit. Es wissen immer noch viele nicht, was RKI-Files sind. Fragt sie mal in euren Umfeld. Und bezüglich Armut übrigens hat der Karl Nehmer richtig geile Lösungsvorschläge rausgehaut. Unter anderem hat er gesagt, arme Familien sollen ihre Kinder halt Burger und Pommes kaufen. Eine Mecke ist das billigste Essen. Ja, geh mal essen, eine Mecke. Wenn es draufkommt, so billig ist es gar nicht. Unter anderem hat es geheißen, allein erziehende Mütter sollen einfach länger arbeiten gehen. Das ist ja kein Problem, wenn man allein erziehend ist. Und zur Not soll man halt zu Alkohol und Psychopharmaka greifen. Wenn wir jetzt so weitermachen, gibt es für euch nur zwei Entscheidungen nachher. Alkohol oder Psychopharmaka. Übrigens, Carly, das kostet auch Geld. Naja, das wird aber lieber zum Beispiel für SkyShield rausgehaut. Ein NATO-Programm, was ich persönlich auch als Neutralitätsbruch sehe. Genauso wie Kriegsgutlieferungen durch unser Land in ein Kriegsgebiet. Wer das nicht weiß, auch passive Hilfe. In einem Krieg wäre verboten. Nicht nur aktive. SkyShield-Abwehrraketten übrigens haben eine Reichweite, also haben Reichweiten technisch. Und das man nebenbei erwähnt, ist vielleicht auch mal interessant, dass man sich das vorstellen kann. Eine Reichweite von ca. 200 Kilometern. Also, wenn der Russ wirklich schon in Ungarn stehen würde, ich glaube, dann haben wir ganz andere Probleme. Aber warum sollte er das nächste? Aber egal, anderes Thema. Außer es Österreicher ohnehin schon von lauter NATO-Ländern umgeben. Bevor eine Rakete zu uns kommen würde, ist die längst abgefangen. Der SkyShield-Beitritt hat uns 2 Milliarden Euro gekostet. Und die erste Langstrecken-Raketenbestückung ca. 4 Milliarden Euro. Für sowas ist immer genug Geld da. Und das bei einer Staatsverschuldung Österreichs von sage und schreibe 378 Milliarden Euro. Man muss ja Prioritäten setzen. Dann kommt noch das Budgetloch dazu. Zufälligerweise erst nach der Nationalratswahl aufgetauchte Budgetloch, muss ich sagen, von 30 Milliarden Euro. Einen Lichtblick gibt es allerdings. In Österreich kommt ja auch nun bald der Dosenpfand. Und somit haben auch die armutsgefährdeten Menschen in Österreich endlich einen neuen Stützpfeiler im Sozialsystem. Ist ja auch was, oder? Bezüglich Ukraine-Krieg gab es die letzten Jahre jedenfalls nicht wirklich ein Geldproblem. Vom achso neutralen, friedlichen Österreich gibt es ja auch keinen Aufruf zu Friedensverhandlungen. Laut dem ukrainischen Finanzminister kostet der Krieg täglich 120 Millionen Euro am Tag. Die 107 Milliarden Euro Grenze selber ist schon längst überschritten. Und der Wiederaufbau wird an 500 Milliarden Euro geschätzt. Und jetzt ratet's mal, wer das Ganze im Nachhinein alles bezahlen darf. Richtig. 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 Richtig.